bitte mal stream auf müller auf youtube ich bin auf twitch band sieben tage den gast denkt sich unsere putz gehilfen gerade ja mann wenn ich brülle die ganze zeit rum ja meine meine muss meine mutter sagt das ist meine mutter sagt das ist beleidigend wenn ich kurz frau sagen wir spielen das ist korrekte ja immer diese leute ja kunat was ist denn nein habe ich nicht milano was ist milano wo ist er was wieviel zuschau habe ich ein bist du das und ich bin das ist ein ehrenloser hund er kann er können er können wir meinen hat nicht doch du kannst du sowieso nicht stream davon erst wenn du achten willst ja ich habe gehört ich habe gehört ich spiel was immer 60 fps wenn ich streame ich habe ich habe ein internet funktioniert einfach jetzt ja das war mir krass für mich so wie du chokst ich will jetzt hier was sehen wenn ich arbeite ich habe mich nur wo die sind da reingegangen ist ja das fängt ihn ich habe spezial moni ich habe ordentlich auch einer da oben auf dem dach oh gott hat der gas dass eine waffe kann ich mir direkt in den arsch schieben hier egal hier ist eine apg in seine fresse der hund ja da wo sind die da oben auf wie ist einer da ungegangen da ist einer da ungegangen ich gehe rein da geht da da rein da ich kann mir noch nicht spielen da ist schon zwei likes nach der scheiß drauf hier mein hausweiter lupen wo ist der lutscher da ist eine lupe weiter ziel aktualisiert hier entlang ich glaube ich muss über x64 streamen schild hättet ach der löscht dich ich habe ihn einfach gestickt mit seinem tag step romstag egal ob wir ja ich muss nur ich kann mir mal platten kaufen ich habe keine glaubt du auch nicht oder ist unser ganzes geld weg aber bringt das gerade sowieso nicht können wir warten bis lauter da ist kannst du meinen mann ich habe noch eine ich möchte trotzdem noch eine kaufen gerne wollen wir es machen wollen noch eine platte kaufen gehen nochmal ich habe eine jetzt ich habe auch eine machen wir gar kein geld mehr ja bringen wir sowieso nicht gerade das geld muss ich sagen hinter uns autos ich weiß nicht wo aber du hast auch gehört oder ja 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 hier eben ja ja mach das ich hoffe einfach mal dass sie doch schon sind ja ja ich habe erlebt scheinen wie ich das überhaupt länger jetzt nicht schon gelootet immerhin scheiß ja das sicher dass sie sichern wenn ich mir sniper hätte jetzt schon vier kills auf nicht geschnitten von irgendwo wieder dach hinter uns auf und hier ort hier kann ich hätten sie obendrauf ich bin achte ich hatte ich doch nicht so die typen stehen die ganze zeit rum und dann wenn ich die waffe hat dann bewegen sie sich wieder als ob sie den stock im arsch haben auch mal die sohn schon wieder ich gehe mal auf main ja ich will oben auf 100 aber selbst wenn ich habe mir sowieso kein shop wir haben sowieso kein shop hier also oh girl die scheinen meckten ja jetzt kommt er aus keiner kiste geld rein ich habe geld nice wo wollen wir holen ja jetzt kommt ihr gleich runter und dann beide selbst kaufen oder ich komme ja dann lass irgendwie dann lass irgendwie selbst für mich holen und dann noch eine drohne und fressen und noch zwei ich habe auch ich habe mir direkt geist oder nach schon mehr overkill ich hatte ja oder weiß nicht habe ich habe immer auch zu noten dort kaufen wenn wir es brauchen na ich spiele die sonde sniper ich wollte zwar nicht wieder mein altes loadout spielen aber ich habe jetzt gerade eine mc10 epischen kann ich mir instant geist holen ist viel besser ich will halt mal mc10 mit dings muss ausprobieren mit hdr deswegen testen ne boss ich habe mir kennt man auf präzision gebaut dort zwei oder aber war das ein 1 ich sehe irgendwann bauten nennen perfekt aus hälfte sich jetzt noch mal dort kaufen naja lass mich machen oder ich würde sagen wir fahren einfach mal ein bisschen weiter also ich brauche kein loadout mehr dann ist das für dich dann kannst du es sagen da hast du jetzt geholt ja ja ich habe weiß auch so ne okay dann hat der mit einer geist muss halt erstmal weiter in die sohn eigentlich aber wenn wir damit bei spiel dann das einfach bei den präzis mitnehmen dann kann wir die ordentlich wegschallern damit die sache ist halt du kannst du kannst zweimal prezi für uns kaufen und dann haben wir beide noch genug geld um uns nachher mehr wie noch mal selfless oder unser mädchen zu kaufen das verstehe ich meine name bei noch 4k da würde ich sagen behalten wir es was dir geld auch ne ja eine 45 dann noch mein lustig ist aber ich habe kein schalldämpfer das ist nerviger gerade ich habe diese boden mc10 diese epische ach so deswegen ist auch geil egal von mir links direkt die präzis kaufen oder noch nicht weiter weiß nicht ich könnte wenn wir einen snipen dann lass hier kaufen ich vergesse das irgendwie ich bin das gar nicht mehr gewohnt dass kunat ich bin im moment voll auf x unterwegs kommt voll gut auf die klage gerade dahin wird jemand gekauft kann ich noch verkaufen oder doch kannst du dann doch mal ein bisschen man die dann weil ich glaube noch cash hat man 3k oder so und einer gekauft hier liegen das ist am eingenehm die richtung auf jeden fall ja ich habe mich nicht egal dann will ich die säße dort er ist das ganz ja so wenig fps zu spielen holy fuck ich bin das halt gar nicht mehr gewöhnt das fühlt sich so ranzig an müller das kannst du gar nicht vorstellen 60 fps einfach gefühlt genauso das einfach runter gehen das richtung sie losgehen ich wurde aus der luft geräusche von links ich habe keine ahnung irgendwie links von dir auf so einem relativ hohen haus keine ahnung hat mir noch nie mal gesehen da war das gewehrweg er war irgendwie erst auf diesem gebäude rechts neben dem shop da weißt du auf dem hohen gebäude bei der feuerwehr rechts neben feuerwehr da bei diesem ich habe einen kampf dass du nicht keine ahnung ich bin irgendwo runtergesprungen ich bin ich kämpfe jetzt aber ich kann mich hier nicht wieder wollen die menschen wüsstest mich wieder bei indica wusste los bei mir direkt runter bitte nicht vor der mitschrift definitiv das war definitiv ein hacker leger also ich bin extra hinten in den geraden untergesprungen aber digga aufweilen k ohne ohne scope so ja wir sind saftig das heißt du weißt ich mal wenn auf die zielte ja der snipe wieder auf mich er hat halt krank er hat er hat mich noch nicht mal gesehen weil das gewehr im weg war also er hat halt er hatte so viel mit dem autofahren oder gar kein bock der hier open field zu laufen wenn den necker ist ich jetzt auch mal das ist ein hacker ist sowieso ist ja auch ein gespielt einfach zum fangen man hat mich ja instant hat denkt und dich ja auch noch geht müsste noch mal irgendwo platten kaufen wenn man im shop kommt ja hier kann man ich ganz schön ich kaufe ein bisschen planten für mich ein bisschen selfless ist das ja wirklich da schon wieder machen alter ist ja er kann ich nichts gegen tun das wird auch nicht mehr können wir machen ja perfekt ich kann wieder kein abschied ja ich bin der fahrer ich habe keine platten mehr wir müssen zweimal platten kaufen und einmal safe für dich dein priz hast du auch mitgenommen oder? ja da kann man halt safe schon welche digga wir müssen tryn ja die krone die wird in sauren rotieren easy mit dem heli safe das auto ist auch fast am sterben wenn es den berghof fährt steck aus ah du wirst das schon gedacht hier hier haus ist safe soweit weil einfach ich brauche money unbedingt statt liegen ich brauche nochmal money hier cash ja ich bin auch nösschen ich bin von hier bis hin auf airport power ja okay mit der gitter x wer raus aber oder unter uns sind irgendwelche ich will ja eigentlich an die kante von airport auf jeden fall noch wenn das nicht mit dem k hört sich so an ja k kann man auf die range auch nichts treffen oder der hat sich nicht ein geistig hdr kannst du auf die range schon was treffen ja hdr schon aber wenn er wenn er wenn er noch ein bot hat dann kannst du auf jeden fall auf jeden fall das hat er in den headshot da bringt er wohl auch nicht so viel er hatte ich ja in den headshot da hinten drauf ruster airport tower ein dach er kann ich mal live wechseln kurz in einem präzifern glas okay kann ich auch nicht bereich zu folgen luftraum zu voll ich bringe darunter jetzt kannst du wirklich sehen ja ich sehe nichts alter er sind die beiden zelten bei den zelten länger der blumen der gab absolut falsch gekauft ja da kann ich mir meine ich bin hier nicht so viel machen da oben im tower sind welche drin ich sehe ist dass einer gerade gelandet ja und ein anderes drin er war runter gegangen 1 sind eigentlich habe ich hier voll die bauern meine muni für die solche schotzeiger ich habe gleich live machen für das sind sehr bevor die mit der karriere gott die bauern die bauern die bauern die bauern vor ein paar minuten vor der konferenzen ich habe so ein fernglas der kann ich bis in thermal action action machen weg ist hier nix ich auch nicht guckt sogar grad im präzif auch nix mehr auto ich sehe nichts ich habe hier sowieso verenglas mit thermal und ich sehe nichts safe alle in häusern drin leute zeigt dir sogar an dass du dich selber töten würdest wenn du zu close auf dich da machst da ist einer ist jetzt live markt und da ist weg das ist einer police station ich habe es gesehen er hat auch noch ein tape noch welche diga da auto aus aus nach nach live zu machen aber und drauf bleiben kommt da halt einfach hoch kommt den berg jetzt hoch ja die oder die nahe die fahren weg oder die feier ich glaube ich oder ich komme hoch ich schild hätte wo weibliches fahrzeug da schildet noch mal wir werden das haus angehen ich muss trotzdem ich vertraue nicht als erbruch keine mehr kommen kann ich nicht glauben ich loadout links von unserem doch schießen ab ich spiele hier knecht der liegt das vorhin wird vertrauen ich bin getarnt unter dem stein und sogar breiter als der stein der müller müller ist nicht anwesend ihren los kein gullock mehr hinter uns berg da leute war da gesehen naja ich bin auf mich wird gesnipet da du hast auch mies die agliposischen gewert haben wir ja nicht mehr so die gottes posi sag ich wie sie ist hol du dir sonst mal das fernglas hier oben und guck mal ein bisschen durch dich ob du hier noch irgendwas siehst aber ich hab mein fritz hier eigentlich so ja bei fernglas hat heute mal warte hier nimm mal braucht das irgendwer oh gull scheinen wie geht denn das hier 1 ah da unten siehst du weil es headshots egal wie kacke ist das denn junge du musst ja drei milliarden jahre drauf bleiben nein du kannst doch einfach so markieren mit ich weiß nicht auch was du markieren hast aber du kannst doch einfach das geht nicht bei mir aber dann ist der leicht markt schneller da das dann generell wieder nicht mehr markieren wenn maus hat geht wieder nicht mehr ich hatte ich habe es auf einer knopf wir sind in der sicherheit macht euch ein kampf wir sind in der sicherheit macht euch ein kampf egal der main weiter links berg hoch schon ich weiß ob es gleich war oh gut schein da hinten auto ist noch so und das ist gerade da hinten ja den markt tilt brezi ja bin ich safe ja moin nigger wir haben einfach drei kills die hütte oder auto ja auch können wir probieren wir sind halt komplett auf logon ich weiß nicht ob das so schlau ist aber hier oben können wir auch nicht bleiben wir müssen sowieso so ja ich weiß was ist damit mit der hütte da lass noch mal kurz fahr nochmal nicht fahr nochmal ja weiß halt nicht der sohn wird wahrscheinlich eher weiter oben bleiben oder ja deshalb glaube ich ja da kann man ja erlasse kann man in die kleine hütte da rein safe oder welche oder oder in die da lass da reingehen ist zwar eklig aber das ist ja aber das geht der auto ist kaputt doch das geht alles ich laufe einfach um die da sind welche drin hier sind welche drin glaube ich oder der typ da aus links bleibt das police habe einen dauer in diesem häuschen drin ich bin doch dicker stand der totenstille ok natürlich fall down was let's go oh mein gott kunat wow digga let's go digga oh mein gott der typ mit todschill hat mich so gefickt let's go oh mein gott oh mein gott schmeckt pssch 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 der profi digga BAM! Let's go, nigga! Woo! Ey, GG, guys. Was next time learn to play. GG. GG. I can go, but you're a little bit. Psh. 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 Dieser Hurensohn, der kommt da da einfach, kommt da da einfach reingerannt wie so ein Knecht mit seiner Totenstille und seiner Meck-Ten. Digga, warum habe ich keinen Zuschauer? Hallo? Müller? Ja? Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du mein Streamhouse machst? Was soll ich mir dabei denken? Dann habe ich mich auch gefragt, was du dir dabei denkst. Ja, ich würde es gar nicht mehr wieder aufmachen. Was? Nur wenn ich will, kann ich ihn wieder aufmachen. Äh, ja, gerne. Ja. Okay. What are you doing, Stepbro? I'm stuck in a washing machine! Shut up! OUILTA! 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 IMAGINE! Ja, zwei Wins heute schon, Alter, wir sind gut. Wir warten auf den Einsatzbefehl, Zeit zum Aufwerben! Oh, das ist für mich... Balsch. OUILTA! 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 ja also diese Runde die hat Spaß gemacht, auch wenn wenig Kills und so waren The round an sich was very nice Oh, what do you say to these? Hello No training, jetzt wird es ernst Hello, you are muted, hello Kuno Retro You little pet truck Hello, you little pet truck What's purple Hello, hello, hello 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 Rockwater No No Not even able to fly in the window Oh God Cringe Yeah, I didn't want to fly in the window I want to go through the door Because it doesn't make sense that two guys It doesn't make sense that two guys stick their fucking penises in one hole It doesn't make sense too So Shut up and let me play my fucking game Because your dog shit Imagine Weren't even able to stay on me Weren't even able to stay on me Weren't even able to stay on me I don't want to stay on me I don't want to stay on me I don't want to stay on me Ich bin dabei Mit super einer Du bist dran Du bist dran Kumpel Mach dich bereit Kommst du auch gerade? Hör zu Soldat Also natürlich In die Videokonferenz ich lege 600 abhängen digaum mit gott so ein direktes ein so ein dreck ist ein geiles seit wann ist meine mutter denn gemüse ist die diamantina ist bei mir auch kann es mir nicht gab es mal eine meter da wo diese 81 gut war einmal 90 ich würde noch einmal kaufen als ob wir es noch zweimal kaufen können einmal die gab es meine kiste mit hallo schlechter spieler da kann ich leider nicht trocken da da did he say da sind welche gehe da rüber da da frage ich mich halt warum ich so ein guter war so ein spieler geworden bin du guter war so ein spieler naja ich bin einmal gehittet wenn der sniper wäre ich wieder dead gewesen aber natürlich nehme ich immer die falschen sachen mit spielst du wieder mc10 sniper ja stabil kunat ich werde nur noch mc10 spieler also ich gibt keinen lober in der ich mc10 spielen werde da einer auf dem dach da oben ja snipe den mal bitte er steht still der war ne steht da nicht er stand still eben gerade er hat die ganze hin runter geschossen aber er hat seine bewegung i wanna push these guys er wurde von hinten aus hils angewixt ich glaube ich gehe die zipline hoch kunat ja das kannst du gerne machen sind sie da immer noch ich gehe durchs treten ja sind die gegner sie sind über mir ja zwei leute ich kann prezio draufhauen oh ja ne ne du musst ja nur sein weil ich wenn ich mit meinem eigenen prezio hausse hab ich dead mach mach prezio mach prezio mach prezio bitte ja ich bin nicht ein bisschen hoch achtung verbündet der präzisionsluftschlag im anflug ich sage das job einer dauer einer dauer einer dauer fuck alter prezio draufgehe er sagt fuck alter prezio draufgehe oder so man deutscher mal wo der andere ist in die richtung runtergejumpt in welche richtung dahinten was man hat oder nicht ja immer hier ist nichts da hatten die loadout wenn ich weiß wer spielt das sniper und so ok die hat kein loadout dann ist er doch hier runtergejumpt dahinten wird er gerade ein sichern gemacht aber ich weiß nicht ob das der das ist was ist das das ist das das ich kann machen jetzt ob wir noch einen bekommen haben und da kannst du ein snipen ist auf dem dach dann ja dann hier wurde keiner gekauft es wurde genau ja hier ja das eine loadout ist ja weg liegt noch ein wo falls noch nicht dann lass mal richtung hilfs kinder du quillst oder rill skin hier liegt ja mir geld reingedroppt sie kriegen es nicht kauf mal was irgendwie eine drohne glaube ich oder ja 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 ich hab schon gedacht alter level 27 noch anlootet vielleicht noch mal 4k aus mit dem bräzis was hast du dabei ja hier liegt ja über viel looter hast du auch ein präzter bei kuner antona sicher gemacht in baustell hier gehen da auch dann habe ich gehört hier ist absolut anlooter da war die runde die die wir eben gewonnen haben wo der hacker eigentlich drin war ja oder ja ich hatte weil ich hätte ihm echt gern zugeschaut hat mal geguckt wie das so aussieht bei ihm damit da steht still und nein nein der gar zweimal gehältet nur beiden da immer noch fett ich glaube ich habe ein präzter aufs haus auf hier vor mir einer trägt der deutsche wieder ich wurde zweimal gesnipet ich muss mich hier mein gott der brett war wieder so ja wo ist er denn hin ja ich weiß nicht ich habe nur den rest gehört ah ja die snipen da kannst du mir wie ein snipen auf dem berg da oder ach dicker jetzt genau ein baum im weg glaube ich sein ja von hinten sein war noch welch dicker ich bin ja krieg auf der straße ist der mit dem prezi geholt habe ja ja hier kommt auch ein prezi will das gleich mit uns machen ach der gar ich weiß er nicht weiß wir haben hier irgendwie kommen wir irgendwie weg oder ich brauche den platen rucksack ja so ein huhen das spielte überhaupt der spiel ist dabei ja was hast du für eine chest dabei ich habe auch eine du nehme ich die platten chest mit das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt wo wollen wir hingehen also keine Ahnung ist da doch wieder nirgendwo ein bounty was man machen könnte oder so da hinten droppt einer zweimal gehettet was mein doch ich weiß nicht ob ich die mit play also mit tag laser damit scope spielen sollen dann ist ein schon links achte ich habe mich gerade hingelegt ich raste so ausgleich wirst du das euch selber hat ich habe nicht platte sowas hätte durchgeteilt das heißt dicker von weiter rechts ist er schon du musst es helfen das war sogar ein solo perfekt ja was wollen wir denn machen wenn er zehn stumps hat und noch zwei semtex alter war einfach besser als wo du als willst du so er ist nicht ich ihn nicht ah er ist ein guter lehrmeister das ist so du 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 was zu essen und kommt das ist eine Frau die Füße schießt schießt Möller? Ja. Ich fühle mich so zusammenreißen, dass sie nicht an, dass sie so ein Nachflaschkrieg haben. Warlock-Rakete! Ich hab schon Bock, mir was zu essen bestellen, muss ich sagen. Ich hab mir was zu essen zu bestellen. Warte, ich bin doch nicht mehr da. Stefan ist kurz, ich bin gar nicht da. Ich bin für die Scheine. 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 Ich stream erstmal aus. Adios.